Dass es endlich losgeht, ist super für uns. Wir freuen uns riesig drauf, sind gut vorbereitet, hier gelandet und freuen uns riesig, dass es endlich losgeht. Was mir gerade in meinen Koffer geht, ist, dass ich meinen Koffer suchen werde. Nervosität ist noch nicht da, aber ich glaube, das wird dann morgen kommen. Heute sind wir noch gelassen und wir werden uns noch so gut wie möglich die letzten paar Prozent vorbereiten auf das morgige Spiel. Wir haben sich die Spiele natürlich angeschaut. Gerade, was jetzt auch das Spiel gegen Nordirland betroffen hat, sieht man, dass Bosnien wenig Chancen braucht, um Tore zu machen und sie brandgefährlich sind. Aber wie gesagt, wir sind vorbereitet, wissen, was auf uns zukommt und wenn wir das so umsetzen, wie geplant, dann bin ich guter Dinge, dass wir hier ein positives Ergebnis mit nach Wien nehmen.